dach meine damen und herren und willkommen beim neuen part von let's test terraria das wird diesmal ein jahr dieses letzte es wird dreiteilig so wie es ja bei mir oben steht terraria teil 3 die rückkehr des fremden führers wird dreiteilig außer ihr entscheidet euch natürlich dass es ein let's play wird dann wird es so viele teile sein wie wir back drauf haben und ich würde sagen dass wir auch gleich mit meinem charakter joinen werden jetzt sind wir auch gejoint hier regnet das hat angefangen zu regnen und es wird nacht wie wär's wenn wir das hier einfach abbauen na gut es sieht eh komisch aus und da kann ich das haus so hübsch bauen dass bei auf beiden seiten hier so die schräge ist sie noch viel hübscher aus und bietet bei regen einen angemessenen schutz Apropos ich das noch ein anderer ersterer das leimt und das wurde die künfte so machen ich habe das ist das letzte dreiteilig und wenn wir dann mit dem display richtig anfangen dann nimmt jeder auf nämlich auch bei sich nahmen die gehen ja das ist meistens so beim let's play let's der entletzt die er ist erledigt ab 8 dankeschön du hast mich infiziert ein einletzt test ist ja wie ist mein zuschauer bereits beschrieben habe und erklärt habe im schrecklich stil nein aus der kreis um ein ein einletztes ist ein wie ein let's check bloß dass die end zuschauer sich entscheiden können ob es ein letztes wird oder nicht okay naja ob das war so schienkai ja ich warte kurz ich muss noch kurz eine Einstellung hier auf vorne ein ich will aber das ist das ist meistens so das wäre jeder Prozent um 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 unterlegst du in deinem Videos Musik nein dafür dafür hätte ich spielmusik da ich würde dann spielmusik ausmachen und sie könnte ein ja was das meister wird solche musik nehmen was sich der das eine musik anbietet kstp hat er der berufige rutscht es so ist mein ja nicht dass ich keine musik habe ich habe genügend musik die frage ist halt ich brauche sie halt nicht da unten vor allem schütten gehen von mir aus für boston wo für witz und ich brauche verkehren ich kann mir gern verkehren geben dann macht das wie viele brauchst du wie viel hast du mann und dreißig alle okay die hälfte oder nicht die erste zurück da ich auch noch ein paar fangen platzieren ich sagte die mir die hälfte zurück ok die sonne Prozent welches es geht so aus er um zu also auch ich gebe dir noch mal hier da 19 Dankeschön Dankeschön ich bin ich bin klar war ist Gott ist er reden wird dieser Regen gefällt mir Dieses Kind hat Momente, wo man einfach mal im Regen draußen stand und Fußball gespielt hat. Ja, wir waren noch so jung. Gute alte Zeiten. So jung und so unerfahren. Man hätte uns Glattscheiße verkaufen können und wir hätten dafür Geld bezahlt. Ach die Jugend. Wir waren so ahnungslos. Wir wollten jedem Kind einen Softice-Clown. Du, machen wir deine Softice-Lassen. Liebe Softice. Ja, ich auch, aber hilfst du mir? Warte, ich muss noch kurz einen komisch klingenden Text schreiben. Nein, lass das. Ich will das Schild hausten. Nein, da steht es. Some bays are coming. Some bays. Die bösen Dinger, die dich umbringen können. So. Nein, genau das wollte ich mitten im Berg machen. Ach so. Clever. Naja, dafür kann ich das hier und du nicht. Nihihi. Wie macht man das? Dafür braucht man ein Werkzeug. Die Climbing. Man kann mit Shift fucking auswählen. Ja, das mit Shift kann man das explizite Werkzeug, das man für dieses Material braucht, auswählen. Hey, Wyatt. Kann man die Clos irgendwie herstellen? Oder nur finden? Nur finden. Shit. Du kannst auch gerne den Guide fragen, ob man es herstellen kann, aber ich glaube nicht, dass er dir antworten wird. Nein, voll. Mach das Haus da weg. Das ist mein Haus. Ich will hier wohnen. Du bist so nicht. Da. Du blockierst einen Weg. Dafür habe ich zwei Türen. Na gut, dann baue ich es eben ab. Majestät. Baue es auf die rechte Seite. Auf der rechten Seite ist sein Haus. Du kannst dir gerne hier so ein bisschen anschrägen, dass es nach unten geht und dann dein Haustell. Da ist dein Herzcontainer. Nein, eine. Was zum Teufel ist das? Das ist dir jetzt aufgefallen, dass da irgendwas ist? Na, mir ist das schon vorher was aufgefallen, aber ich habe nicht drauf geachtet. Oh mein Gott. E-Mail-Schüssen. Vorsicht, der kann. Was ist das? Au. Das ist schmerzhaft. Ah, so ein Dämoner. Das beantwortet nicht meine Frage. Ich glaube, du bist so eine Art Dämoner, älter. Du glaubst. Ich dachte, du weißt sowas. Ich dachte, du wärst der Dämonenbeschwörer 2013. Ich habe Glowing Sticks. Devil. Devil und so. Furious. Und so. Naja. Man kann nicht alles haben. Wieso sind wir eigentlich nochmal Team Rot? In Team Rot? Scheiße. Renata. Mika, was tust du da oben? Nein, schrink ich nicht. Guck ich dir einmal nicht zu. Da zerbombst du gleich das ganze Areal hier. Renata. Hilfe, Mika. Hier sind Dreckteile. Das hilft nicht. Ich baue die Dreckteile bitte, Mika. Ich möchte dir eine Whop-Coil hinmachen. Renata. Da. 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 Nicht hilfreich. Nicht hilfreich. Nochmal. Nicht hilfreich. Renata. Scheiße. Ein. Renata. Ich hoffe für dich auch gut, ich hab noch Whops. Sonst hätt ich keinen Whop-Swing machen können. Ja, Happy Wheels und so. Oh yeah. Ich hab bis jetzt noch nie Happy Wheels gespielt. Was? Ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's nur, ich hab nur zugeguckt, aber es hab, ich hab's noch nie gespielt. Das möchte ich was verpasst. Ich weiß, das fällt mir auch manchmal auf. Aber, aber, aber der Hype, also das ist, der ist jetzt, der ist vergangenen. Also, ja, jetzt interessiert sich keiner mehr dafür. Ja. Nur noch PewDiePie. Ja. Und ein Quantum Pro. Ja. Ach, Quantum. Ich mag Quantum Pro. That's jokig. Wollen wir auch mal anfangen, irgendwann mal Seven Days to Die, Let's Play Together, oder Let's Test Together. Wenn wir das mit dem Connect mal hinkriegen, ja. Ja. Ah, ich glaub, wenn wir Terraria schaffen, schaffen wir alles andere auch, ne. Weiß noch unsere anfänglichen Schwierigkeiten bei Terraria früher. Ach, wir waren so naiv. Das sag ich schon langsam zu oft. Naiv. Naiv geht nicht. Tja, ich bin halt naiv. Also, ich hab jetzt Bock, hier so nach oben zu bauen, damit Robes. Ähm. Oder, Mika, wir bauen nach unten. Also, von oben nach unten. Holz, Dreck, Blöck, na komm, wo sind die Robes? Da. Glaub ich. Ja, hier ist ein Stein. Äh, ungefähr hier so, ne. Oder, Mika? Äh. Ungefähr hier runtergrabben. Ich bin oben. Mach deine Karte größer. Und wenn nicht, erweitern wir den Tunnel noch ein bisschen, ne? Ja. Und jetzt komm nach oben. Ja, wir müssen, wir müssen ihn erweitern. Ich muss ihn erweitern. Du gehst ein wenig weiter nach, du gehst nach links und ich geh nach unten, okay? Ja, warte. Du bist eingegriffen, da? Hm. Ja, also, es lebt, es lebt, es lebt. Ich hör dich. Hilf mir, hilf mir. Ich komme. Ich komme. Ich komme, halte mal. Halte aus. Ich werde es schaffen. Du bist tot, oder? Ne, du bist nicht tot, oder? Du das nicht tot hast. Das sieht so geil aus mit den Schrägen. Ja, finde ich auch. Haben die wirklich was Gutes gemacht? Boot ab oder eher Hose runter. Das ist nur zwei breit. Lass sie vier breit machen. Das ist drei breit. Das ist nur drei breit. Lass sie vier breit machen. Wofür brauchst du so vier breit? Ich meine, mein Ding, muss er auch noch durchpassen. Nur weil dein Hut so groß ist? Ich komme. Ja, ich komme. Ich komme. Ich komme. Du bist pervers. Du bist pervers. Ich bin pervers. Ich bin hetero. Doch. Du weißt, weißt du, was heißt? Ja. Was vorüber reden wir hetero, oder? Pervers. Ich habe den Ausdruck geprägt. Ja, ich bin nicht pervers. Also. Helfer! Keine Sorge. Hättest du. So. Ich komme. Ich komme hoch. Ich habe eine Rope. Ich werde die Rope andocken. Tja, leider hast du nicht diese Klauen. Oh mein Gott, wie das aussieht. Au. Schmerz. Spider-Man. Spider-Man. Unterhosen-Man. Oh yeah. Ey, das finde ich jetzt... Genau das hat mich auch vor. Das ist viel einfacher, das ist viel einfacher als bei diesem Tunnel zum Mond, äh, dieser Tunnel zur Hölle, wo man die ständig so welche Stufen haben muss. Und hier kann man einfach so... Nyauu. 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 Wachen. Ja, okay, aber übertreibt nicht scheiße. Äh, sag ich der richtige, Na. Das ist ein kleines Verwerbsstück. Hart. Also, das hier, äh, finde ich geil. Ja. Würde ich mal LP auch bauen, falls es eine LP gibt. Oder, beziehungsweise, äh, let's, let's pixel. Was ist ein let's pixel? Das hast du gesagt. Alter, wieso brauchst du da so Schule nach unten? Blei. Zombie. Den Todstechen. Wen will sie totstechen? Mich. Will sie mich totstechen? Zombie. Ah, dem Bodenauge. Ah, dem Bodenauge. Ah, dem Bodenauge. Ah, dem Bodenauge. Ah, der wird dominiert. Dominieren. Dominieren. Wir müssen den fremden Führer holen, oh mein Gott. Ein Dämonauge. Hilfe. Nein. Au. 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 Du bist tot fast. Au. Au. Fass. Hab's getötet. Attacke. Au. Au. Rückzug. Hoch. 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 Oh mein Gott, so könnte man eine gute Fluchtmöglichkeit haben. Stern. Oh, oh mein, meins. Mein Stern. Mein Stern. Mein Stern. Scheisse. Ah, doch. Stern, meins. Zombies. Aber immer noch mein Stern. Es krägt den Stern. ich kriege ich werde sterben ich sehe ich möchte ich habe ich sehe den Stern ich komme nicht hoch ich sehe den Stern ich habe Goldfisch ich sie hat den Stern ich habe den Sternen wie viele Sterne hast du drei er wird er veröffentlicht da eine Bottle machen wie viel hast du drei dann haben wir sechs zu sagen es weiß dass der Verhältnis ich bin tot fast tot Helfer bieten der hoch meint es gut durch geschehen ab bei der Lebeck bei er will ich eigentlich nicht mehr und doch einer nein auch aber dafür habe ich ein Kämpfeier ich habe keine habe ich jetzt dafür habe ich jetzt sechs sterne sechs sterne sechs sterne der langen im 8 2 du auch dort haben was stadt so meine damen und herren das soll nur was 8 geld ist die kämpfe ja das beginnt da regeneriert man schneller aber darf ich kurz laufen auch ein kämpfer darf ich jetzt kurz zu Ende sagen seine Räden natürlich das war es meine damen und herren das was für diesen Part wir sehen uns im dritten Part Prozent oder halt im nächsten Part an sich wenn ihr zustimmt dass ein Let's Play Together wird was das auch für diesen Part ich wünsche euch noch einen schönen Abend Nachmittag Morgen euer von mir auch tschüss euer CQ6